Wir sind ein E-Commerce-Fulfillment-Anbieter hier in Halle. Das Leistungsspektrum ist die komplette Fulfillment-Dienstleistung. Das heißt, unser Kunde braucht sich um die Fulfillment-Tätigkeiten gar nicht mehr kümmern. Er gibt uns die Ware und wir kümmern uns um den kompletten Rest. Und unsere Kunden sind hauptsächlich Retailer und Global Brands, die wir von diesem Standort in Europa sozusagen versenden. Wenn man es kurz gesagt, Ware kommt rein, Ware geht raus. Aber zwischendurch passieren natürlich noch viele Schritte, denn gerade hier zählt natürlich die Schnelligkeit. Einer der Hauptgründe war natürlich die Location-Halle, dass wir mitten in Deutschland sind. Das heißt, wir haben die Wege in den Norden, in den Süden, in den Westen und in den Osten ziemlich gleich. Eine Besonderheit ist natürlich auch der kurze Weg zum Flughafen. Wo auch unter anderem DRL sein International Hub hat. Und wir bedienen natürlich von unserem Standort nicht nur Deutschland, sondern auch komplett kontinentale Europa oder weltweit. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war sehr positiv. Was das eine Gute war, wir hatten einen Ansprechpartner wirklich oder ein Team als Ansprechpartner, wo wir jede Frage platzieren konnten. Und die haben sich dann gekümmert, mit den richtigen Leuten in der Verwaltung, in der Stadt zu kommunizieren und uns dann die Antworten zu geben. Für unsere Mitarbeiter ist natürlich auch wichtig, dass sie einen Ausgleich kriegen nach der Arbeit. Und da bietet Halle sehr viele Möglichkeiten im Bereich Kultur, Freizeit und Sport und natürlich auch das Nachtleben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.